So, nun zeige ich euch mal, wie man Shut the Box spielt. Wir haben hier eine Zahlenreihe bis 9 und ich muss versuchen, mit den Würfeln diese Reihen herunter zu klappen. Eine 7, eine 3, eine 12, das sind also 9 und 3 sind 12. Man darf bis zu 3 herunterklappen. 3 und schon habe ich verloren. Ich kann nichts mehr runterklappen. Ja, jetzt kann ich das zusammenzählen. Ich habe also 4, 9, 15, 23 Minuspunkte. Versuchen wir dasselbe noch einmal. Also man kann 2, 1 runterklappen, 2 runterklappen und 3. Jetzt habe ich eine 7. Jetzt habe ich eine 9. Jetzt habe ich eine 10. 1, 8, 2. Jetzt habe ich eine 5. Eine 6. Ihr seht, es könnte klappen. Eine 6. Denkste. Keine 6 herunterklappen. Ja, so ist also das Spiel Shut the Box. Ein neues Spiel, was unheimlich viel Spaß macht mit bis zu 6 Leuten. Das Spiel, was macht das eine 4-? Ja genau, man weiß, was es istickt. Hast du.